Mit den Attackensraketen konnte Kiew 14 russische Helikopter im Ukraine-Krieg zerstören. Die Invasoren müssen ihre Strategie ändern. Monatelang bettelte Kiew bei den USA um bessere Raketen mit weiterer Reichweite. Nun lieferte Washington einige Geschosse des Typs Attackens und die Ukraine setzt diese sogleich effektiv ein. Dies geht aus Berichten des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Anfang Woche wurden russische Luftwaffenbasen in Berdjansk und Luhansk angegriffen. Dabei wurden neun, respektive fünf Helikopter zerstört oder schwer beschädigt. Es ist der härteste Schlag gegen Russlands Luftwaffe im Ukraine-Krieg. Und dürfte Folgen für den Kriegsverlauf haben. Die Ukraine setzte im 39 Raketen mit Streusprengkopf ein. Dieses ältere Modell der Attackensraketen hat eine Reichweite von 165 Kilometern. Über dem Ziel werden 950 kleinere Bombenkugeln verstreut, wodurch großflächig Schaden angerichtet wird. Besonders effektiv ist dies gegen Ziele, die nahe beieinander sind, wie eben Kampfhelikopter auf einer Basis. Mindestens fünf der zerstörten Helikopter waren vom Typ K, 52. Diese setzt Russland im Kampf gegen die ukrainische Gegenoffensive ein und bremst sie damit aus. Laut der britischen Royal Air Force hat Russland im Ukraine-Krieg bereits 324 Helikopter verloren. Der ukrainische Armeesprecher Oleksander Stupon betont gegenüber dem Radiosender Svoboda, dass man viele mit Raketen zerstöre. Deshalb müsse der Feind seine Strategie ändern, die Russen kommen derzeit nicht in den Wirkungsbereich unserer Luftabwehr. Die Helikopter würden aus größerer Distanz angreifen und so weniger effektiv sein. Die Russen haben einfach Angst, ist Stupon überzeugt. Das britische Verteidigungsministerium sieht ebenfalls einen Strategiewechsel. Die Fähigkeit, die Achse zu verteidigen und Offensivaktionen durchzuführen, sei beeinträchtigt. Deshalb seien die Angreifer gezwungen, ihre Basen weiter hinter die Front zu verlegen.